Wir gehen jetzt erstmal einen Meter über das Wasser und du sagst dann, was du willst. Auf einer Skala von 1 bis 10, der Aufregung 12. Es ist verrückt. Das Wasser, die sich haben gemacht, so eine tolle Bildung, unglaubliche Geschichte schreiben. Es ist richtig Arbeit hier, also das, wenn ich gewusst hätte. Ganz süß, ganz süß die Kameras und die machen den ganzen Tag für den Team. Süß mit dem Team.